Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf dem Ultimate Team Account und so, ne. Eigentlich hatte ich vor, heute Abend mit euch ein Team zu bauen, aber da mein Leibeigener MrFoothead aka PL Bayern aus dem Forum jetzt erstmal essen geht und gerade keinen Bock hat, ein Team zu bauen, dann lassen wir das mit dem Teambuilding heute mal und das wird dann morgen kommen. Ja, ich hatte irgendwie heute nicht so die kreative Phase, deswegen habe ich ihn mal gefragt. Er hat schon ein ganz hübsches im 4-3-3 gebaut, das werden wir wahrscheinlich auch noch bauen, Silberteam geht es jetzt rum. Und ja, jetzt soll er mir noch eins im 3-5-2 bauen und eventuell wird dann eins von beiden morgen erscheinen. Deswegen machen wir mal so eine kleine paar Packs, paar Infos etc. Episode. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz auf die Transferliste, gucken da mal ganz kurz nach. Da ist der Cherchi weggegangen, aber auch nur zum normalen Preis, genau wie Melo. Nichts Besonderes. Ja, Worldkit habe ich gestern gezogen. Ich habe nämlich gestern zwei Packs gezogen. Und ja, irgendwie bin ich ein bisschen am Pack lacken, weil, ich zeige euch mal was, wie gesagt, zwei 7-Halber nur gekauft, weil ich habe gestern Abend noch mit einem Kollege drei Spiele gemacht oder so, glaube ich. Und da habe ich einfach mal zwei 7-Halber gezogen. Und im ersten 7-Halber war gleich mal Juan Marta drin, ne? Hier seht ihr das, First Owner habe ich in der Nacht gekauft. Also jetzt, wo ich gerade aufnehme, ist immer noch der 11.11. Beziehungsweise, ihr seht das Video auch am 11.11. Also passt das. Joa, Marta gezogen und im zweiten Pack war dann immerhin noch, äh, wer war denn das? Ich überlege gerade. Ach genau, Isco. Isco war noch im zweiten Pack mit drin, ne? Also auch nochmal Plus gemacht. Joa, dann habe ich es gelassen. Ach nee, ich habe noch ein drittes Pack gezogen, genau. Ich habe nämlich gesagt, äh, ich ziehe so lange Packs, bis ich im Minus bin. Und im dritten war dann Worldkit. Und Worldkit ist ja keine 7-Halber mehr wert, oder? Glaube ich jetzt mal nicht. Können wir ja mal ganz kurz gucken. Worldkit, da ist er. Weil dann hätte ich im Prinzip natürlich noch eins ziehen müssen. Ne, ist er nicht mehr. Weil ich habe mir gesagt, ich ziehe jetzt so lange Packs, bis ich, äh, mit einem Pack Minus mache. Und das war dann in dem dritten Pack, wo dann der Herr Worldkit drinne war. Und der Herr Fischer. Der Fischer, der ist glaube ich auch noch ein paar Coins wert, aber jetzt nichts Besonderes. Jetzt setze ich jetzt einfach mal für 150 Start rein. Genau wie Worldkit für 150. Ja, ich könnte jetzt auch so Fortkaufpreis raussuchen, aber der wird schon irgendwie weggehen. Und die anderen liste ich jetzt einfach alle nochmal so, wie ich sie das letzte Mal gelistet habe. Das geht ja jetzt in FIFA 14. Einfach R2 drücken. Dann kann man sie so listen, wie man sie gekauft hat. Äh, wie man sie das letzte Mal drauf hatte. Hier sieht man nochmal die Leute, die noch da sind. Also sind noch ein paar Leute da, noch alle in Forms. Ja, die werden hier auch nicht weggehen für die Preise. Also es ist ja natürlich komplett über Preis. Das ist das letzte Mal, wie ich sie so reinstelle. Und dann werde ich sie das nächste Mal zum richtigen Preis reinstellen. Damit sie dann auch mal weggehen. Jetzt kaufen wir erstmal ein Päckchen. Und dann müssen wir mal ganz kurz aus Ultimate Team rausgehen. Weil ich möchte euch mal was zeigen. Ich wurde drauf hingewiesen. Scheiße, wieso gibt es denn nicht mehr die großen Packs? Hä? Das war doch gestern, wo ich aufgenommen habe, noch 24 Stunden. Das muss doch jetzt noch da sein. Ey, sorry, scheiße. Ich wollte jetzt wirklich mit euch eigentlich die 25.000er Packs ziehen. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen in die Hose gegangen anscheinend. Scheiße. Ja, sorry. Dann müssen wir halt ein paar 7 Halber ziehen. Naja, jetzt nicht ganz so schlimm. Carol, die alte Latte. Wie groß ist denn der Kerl eigentlich? 6'3. Huh, ist auf jeden Fall über 1,90. Ziemlicher Hühne, der Junge. So, Verträge nehmen wir mit. Da hinten haben wir noch Gladiator, Backbone. Da haben wir wieder wie immer Verträge. Fitness. Ja, jetzt nichts super Interessantes. Würde ich mal so sagen. Altintop haben wir noch. Monnier. Hier, die beiden, wie gesagt, noch Felddienstarena. Die bleibt mal schön hier. Ja, das war jetzt schon mal nichts. Und was ich eben angedeutet habe, wir müssen jetzt mal ganz kurz aus Ultimate Team rausgehen. Weil mir wurde von einem User, dem Herrn Captain Skill aus dem Forum, beziehungsweise Rafa ist es einfach. Ja. Die meisten, was heißt die meisten? Die Leute aus dem Forum werden ihn unter Rafa kennen. Und ja, der hat mir gesagt, ich soll mal in die Einstellung gehen, weil ich, es gab ja das Problem, dass ich die Leute aus meiner Freundesliste einfach nicht in Ultimate Team sehe, also die Teams von euch nicht sehe. Und das hat anscheinend was mit diesen Einstellungen zu tun. Ich habe es jetzt zwar hier auf Englisch, aber wenn ihr jetzt guckt, auf welches Symbol ich gehe, das sollte bei euch gleich aussehen. Also es ist eigentlich relativ Latte. Customize, dann hier irgendwie wahrscheinlich verändern, verwalten, sowas in die Richtung. Weiß nicht, wie die das auf Deutsch genannt haben. Dann auf Settings. Und dann müssen wir mal gucken, wo war denn das? Ich glaube, das war irgendwo, müsste, oder ist das woanders? Ich gehe mal kurz. Online Settings, genau. Online Settings ist das nämlich, glaube ich. Und dann, ich glaube hier, ja, genau. Hier, dann müsst ihr auf diese, also erstmal geht ihr hier ganz oben, ganz normal im Hauptmenü, wo hier zu Hause spielen etc. steht, geht ihr auf den letzten Punkt. Dann geht ihr auf Online Einstellungen und dann geht ihr auf Privatsphäre Einstellungen oder sowas in die Richtung, wie wird das heißen. Und da steht dann, dass ihr erlaubt, sozusagen eure EA Sports Football Club News mit Freunden zu teilen. Und, ja, das andere ist, glaube ich, egal. Aber guckt mal, ob ihr hier einen Haken drin habt. Also, ich glaube, der Rafa hat das gemacht und dann habe ich ihn auch gesehen. Wir können jetzt gleich mal in Ultimate Team gucken, ob ich ihn auch wirklich sehe. Ich habe das jetzt gar nicht getestet. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, nichts zum Einstellen. Ne, da nix. Da. Ähm. Ja. Das muss ich dann mal wieder rausschneiden. Ja, da steht E-Mail und sowas. Und das ist jetzt nicht ganz so interessant für euch. So, aber das müsste es eigentlich gewesen sein. Normale Settings, da gibt es eigentlich nichts mehr zum Einstellen. Celebrations. Ach, Celebrations. Ach, Celebrations. Ne, das ist alles nur noch hier normale Game-Einstellungen und die brauchen wir nicht. Gut, da können wir jetzt wieder auf Ultimate Team gehen. Können da nochmal ein paar Packs ziehen, ein bisschen umschauen, etc. Ja, vielleicht liegt es daran. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube sogar, dass dieser Punkt automatisch aktiviert ist. Und ich denke mal, die meisten werden das nicht einfach mal deaktivieren. Ach so, was ist hier noch los? Ach, noch ein Ibra. Okay. So. Äh, was wollte ich denn jetzt machen? Ach genau. Wir gucken jetzt so einfach mal, ob wir den Raffa jetzt drinne haben. Weil vorher hatte ich den glaube ich nicht drinne. Und wenn er das jetzt aktiviert hat, müsste ich ihn ja eigentlich in der Liste haben. Mal schauen. Nehmen wir einfach mal irgendeinen Squad. So, Mega Ballwert. Äh, ich glaube hier, der ist auch neu. Na gut, wir haben auch irgendwelche neuen geedit. Habe ich ja gestern im Video angesprochen. Das kann schon sein. Ähm, mal gucken jetzt, ob der Raffa hier dabei ist. Ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, aber vielleicht ist er hier irgendwo. Das waren schon wieder alle, ne? Hey, jetzt sind es irgendwie noch weniger. Ich weiß nicht, was da los ist. Echt nicht. Aber ich sehe einen Raffa, glaube ich, auch gar nicht. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie er heißt, aber ich glaube, er ist nicht dabei gewesen. Weil wenn ich den Namen gelesen hätte, dann wüsste ich, dass er es ist. Nö. Okay. Vielleicht klappt das dann doch nicht so ganz. Ich weiß auch nicht, warum, was EA da angestellt hat, dass man einfach die Squads nicht mehr komplett sieht. Das ist nämlich ein bisschen schade. Weil ich hoffe mal, auf PS4 sieht man es dann. Weil ich hätte Bock, dann nur noch Teambewertungen über die Konsole zu machen. Weil mit den Links, das ist echt ein bisschen sehr umständlich. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt erst mal die Links bewerten. Aber dann ab PS4 hätte ich das dann gerne so, dass wirklich alles nur noch über Konsole geht. Und höchstens dann halt Xbox und PC-User dürfen dann Links posten, weil da, die kann ich halt schlecht bewerten auf der PS4. Und die wollen wir natürlich nicht benachteiligen. So. Ja, Hulhan oder so. Hulhan. Ja, heftiger Kerl. Fabianski und Bentner. Zwei von Arsenal. Ja, dann nehmen wir noch die Verträge mit. Fitness. Und was haben wir noch für Modifier da? Mal gucken. ZOM-Mittelstürmer. Ja, nehmen wir mal mit. So, sonst nur. Ne, das sieht alles scheiße aus. Schmeißen wir mal weg hier. So. Weiter. Eigentlich wollte ich heute Abend ein Spielchen mit diesem Formationstest-Team bringen. Allerdings habe ich mir gedacht, nö, das verschieben wir mal auf morgen. Weil, ja, dann sind nicht zwei von dieser Miniserie an einem Tag. Defoe, jo, nix wert, der Junge. Sastre, auch nix wert. Jo, Hawk haben wir da hinten noch. Das ist noch ganz interessant. Aber ansonsten wieder mal nur Scheiße. Ja, gestern habe ich übrigens, wie gesagt, zwei Spiele mit einem Kollegen gemacht. Mit dem Ibra-Team. Und ich habe Ibra mal mit so einer 10er-Push-Karte zweimal getestet. Jo, ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Unterschied gespürt habe. Aber ich glaube schon. Vor allem im Pace. Und ob wir das jetzt jedes Spiel dann machen werden, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ab und an werde ich das mal machen. Warum auch nicht? Kann man ja mal durchziehen. Es wäre ja mal ganz nice, wenn wir hier einen Inform ziehen würden. Ich meine, wir haben in FIFA 14 noch keinen Inform gezogen. Ja, da ziehen wir dann erstmal einen Zagoyev. Und einen Altintop schon wieder. Und einen, was, Wanderley. Jo, naja. Ich glaube mit dem Inform, das wird noch was, aber es könnte ein wenig dauern. Rechter Winger, rechtes Mittelfeld, nehmen wir mal mit. Kann man immer gebrauchen. Rechts, äh, rechts, nicht rechts. Rest geht aber wieder weg. So. Ja komm, eins ziehen wir auch noch. Hier, und dann machen wir mal wieder irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht genau was, aber wir werden es einfach machen. Vielleicht sind ja ein paar Fragen unterwegs. Hm, da können wir ja mal gucken. Buketti hier. Ich gehe mal auf das letzte Video drauf, aber erstmal mache ich lautlos, sonst hört ihr jetzt mein Video im Hintergrund. Ach, ist schon lautlos. Ist ja der Hammer. So, erstmal Verträge mitnehmen. 1000 Münzen da hinten noch. Joa, geht klar. So, jetzt kommen Kommentare, müssen sich jetzt hier laden. Und dann können wir mal gucken. Äh, okay, das ist glaube ich nicht so interessant für euch. Das auch nicht so. Doch, ja, das vielleicht. Können wir gleich mal angucken. Ähm, erstmal, na, na. So, dann nehmen wir das noch mit und den Rest schmeißen wir weg. So. Und dann schauen wir jetzt mal ganz kurz in unserem 442 ist glaube ich dieses Test-Team da. So, Ibra-Team. und jetzt gehen wir auf das erste Test-Formations-Team. Hier ist es. So, und da wurde zum Beispiel geschrieben, warum tauschst du nicht Zapata und Caceres? Dann bekommen beide zwei Grüne Links. Ja, weiß ich nicht. Aber, äh, ist ja, nö. Nö. Ist auch nicht so. Ach so, doch, von da vorne. Ja, stimmt. Hat er natürlich recht. So kriegt halt nur der Zapata einen Grün. Aber ich sag mal so, das ist glaube ich im Prinzip ziemlich Latte, weil, ob die so stehen, kriegen, ach so, wo ist denn der Trainer hin? Ähm, da, ach so, wir hatten ja keinen italienischen Trainer, stimmt. Ja, aber wenn ich jetzt einen italienischen Trainer reinsetze, den wir jetzt nämlich auch mal kaufen könnten, dann kriegen ja eh alle zehn Chemie, deswegen müsste es eigentlich relativ Latte sein. so, dann, ach nee, wir nehmen einen Liga Serie A Trainer und bezahlen dafür, hm, ich suche einfach mal und kaufe dann einen für einen Taui. Ah, nö. Nö. Ist ein bisschen übertrieben, meine Freunde. Joachim, ja komm, Montella hier, oder wir können ja hier nochmal kurz gucken, ob wir noch was sparen können. Nee, der sieht doch gut aus. Kriegt man wahrscheinlich definitiv unter 1000, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt einfach zu faul. deswegen nehme ich den hier mit, packe den dann, ach scheiße, ich habe ja, ja gut, ich habe noch einen Leak, äh, drehen, ach scheiße, den brauche ich ja für das andere Team. Hm, was soll denn der Scheiß? Oh Mann, naja, okay, mache ich den erstmal auf die Transferliste und packe den hier in unser 4-4-2-Ding. Jetzt dürften, glaube ich, alle zehn Chemie bekommen. So, komm, push dich. Squats und dann gucken wir mal vorbei. So, jetzt bekommen alle zehn Chemie, genau, und es fehlt bei einigen halt noch dieser Loyalitätsbonus, den hat nur Balotelli und Abate, die restlichen brauchen den noch, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt noch was bringt, wenn die schon zehn haben, ich denke jetzt einfach mal nicht, aber wir können natürlich im Prinzip auch hier die beiden tauschen, obwohl ich das gerne andersrum gemacht hätte, weil hier habe ich den schnelleren Außenverteidiger und den langsameren Innenverteidiger und hier den langsameren Außenverteidiger und den schnelleren Innenverteidiger. Also ich mache das gerne, dass die sich so ein bisschen ausgleichen von den Seiten her. Das heißt, wenn jetzt auf der Seite zum Beispiel, ja, sagen wir mal hier zum Beispiel Radu ist auf der Seite weg, ist zum Beispiel gerade vorne beim Flanken gewesen, der kommt natürlich nicht so schnell nach hinten, allerdings ist dann ein schneller Caceres da, oh, der dann mal aushelfen kann auf der Seite. Hier wiederum kann es sein, dass Zapata vielleicht ein bisschen aufgerückt ist und dann ein schneller Abate aber wieder den Weg schnell runter macht und seine Position ausfüllt. Deswegen gleiche ich das ganz gerne aus so ein bisschen mit dem Pace. So haben wir halt langsam, sehr schnell, langsamer, sehr schnell. Ihr wisst, was ich meine. So, ja, das ist unser Team, aber darum ging es ja jetzt auch nicht. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Ist jetzt Ballo oder Babo der Babo? Hm, ja, das ist halt die Frage, ne? Jetzt haben wir ja beide Babos da vorne stehen. Ja, ja, das ist jetzt eine richtig schwere Frage, meine Freunde. Wer ist denn jetzt der Babo da vorne? Hm, ja, das sind ja eigentlich, hm, scheiße. Ja, das ist Babo Telly und das ist einfach nur Babo. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das werde ich mir noch irgendwie in meinem Kopf zurechtspinnen. Was und ja, teste mal die Formation. Ja, das machen wir jetzt. Okay, also ihr seid auf jeden Fall dafür anscheinend. Also das Video ist noch gar nicht so lange draußen. Schon 96 Likes, null Dislikes. Also sieht ganz gut aus bisher. Ähm, was kommt dann noch? Ähm, super Sache, die du anfängst. So, 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 so. Ja, er ist dafür auf jeden Fall. Und er findet Vidal auch gut. Dann, er hat sowohl Ibabu und Muriel bereits gespielt und Ibabu ist besser in der Luft und etwas stärker und Muriel kann besser dribbeln und schießen und hat 4 Sterne Skills. Beide sind äußerst schnell und körperlich trotzdem nicht schwach. Joa, das stimmt allerdings. Ja, dann hat noch einer empfohlen, ich soll doch Raphael Martinho auf die linke Seite stellen, also Linksverteidiger. Ist ein Silberspieler. Ja, aber ehrlich gesagt, Radu gefällt mir so gut, also ich brauche da im Prinzip gar keine, ähm, ja, anderen Leute und jemand hat auch geschrieben, ich soll Constant und Deschiglio auf die Außenverteidigerposten stellen, weil die ja viel, viel stärker sind. Ich habe Constant ganz am Anfang gespielt und ich finde Radu einfach besser, ob man es glaubt oder nicht. Ich finde Radu einfach pornös stark und deswegen, äh, brauche ich da auch keinen Non-Rare-Constant hinstellen. Und auf der rechten Seite Deschiglio, der kann natürlich ganz gut sein, hat glaube ich auch Medium-Medium-Workrates, also sieht im Allgemeinen sehr gut aus, aber ich muss sagen, ich stehe halt ehrlich gesagt echt nicht auf Non-Rare-Spieler. Ja, das sagt natürlich nichts über das, die Qualität der Spieler aus, aber ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht so. Ja, deswegen, was gibt es vielleicht noch an Fragen? Mal gucken, machen wir mehr Laden hier. Wann du immer Videos hochlädst. Ja, ich kann das ja jetzt nochmal Video ankündigen, eigentlich sind meine Videotermine geplant. Das heißt, ich lade abends, fange ich irgendwann gegen 18 Uhr an, das erste Video hochzuladen. Das ist dann meistens gegen 3, 4 Uhr online. Das heißt, ich stelle es meistens so ein, falls es mal früher hochgeladen ist, dass es dann immer um 3 Uhr erscheint. Das mache ich extra, weil so haben die Leute, die morgen früh aufstehen, gleich ein neues Video, können sich das noch vor der Schule, vor der Arbeit, was weiß ich, anschauen. Und somit ist schon mal der ganze Morgen abgedeckt. Dann kommt um 15 Uhr das Mittagsvideo, das deckt dann den Zeitraum bis abends ab. Und dann kommt abends um 20 Uhr das Abendvideo, das deckt euch dann den restlichen Abend ab. Und dann geht es halt um 3 Uhr morgens wieder los. Und so sieht der Kreislauf bisher aus. Und ich denke mal, die Uhrzeiten sind ganz ordentlich. Wenn ihr da noch Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr die natürlich gerne nennen. Aber ich denke mal, so decke ich immer einen ziemlich guten Zeitraum ab, wo dann eigentlich immer was Neues kommt. Das heißt, morgens vor der Schule, Arbeit etc. ist ein neues Video da. Wenn ihr dann mittags nach Hause kommt, ist ein neues Video da. Und wenn ihr dann vielleicht abends vorm Fußballtraining kommt, ist wieder ein neues Video da. Also, immer für, ja, Nachschub gesorgt. So, was haben wir sonst noch? Ja, ich soll mal eine RTG machen. Ja, sowas kommt auch noch. Aber ich will halt nicht sowas Standardmäßiges machen. Deswegen muss ich mich da erst noch irgendwie ein bisschen in meinem Kopf damit auseinandersetzen. Kolumbi, ja, hier, der Felix Poser. Ich glaube, der hat das jetzt schon zum fünften Mal unter meinen Videos geschrieben. Er will unbedingt, dass ich Lukaku in Form teste. Ich finde jetzt nicht, dass er so pralle aussieht, aber wir werden ihn bestimmt auch nochmal spielen. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Dann, kolumbianisches Team. Ja, kolumbianisches Team, das können wir gerne mal machen, weil Kolumbianer, die haben ziemlich geile Spieler und da können wir sicherlich mal was formen. Dann sind hier noch ein paar Teamvorschläge und irgendwie sind meine hier, wie heißt's? Achso, jetzt, nee, da sehe ich die Kommentare dann doch. Dann hat nämlich noch wer geschrieben, By the way, wann machst du mal was mit Totti in Form? Hast du mir versprochen? Ja, Paul, dann hast du aber nicht das Video geguckt, weil in dem letzten Video, was 40 Minuten ging, habe ich nämlich gesagt, dass wir definitiv was mit Totti in Form machen und zwar, wenn wir dann bei dieser Test, ja, ich teste die Formationenreihe sozusagen, wenn wir bei einer Aufstellung mit Mittelstürmer sind, dann werden wir auch definitiv Totti in Form testen. Aber wie gesagt, das hatte ich eigentlich gesagt und der schlaue Zuhörer, nicht der schlaue, sondern der aufmerksame Zuschauer hat das dann auch mitbekommen. Also Paul, ich bin enttäuscht. Du hast das Video nicht zu Ende geguckt beziehungsweise das war noch gar nicht so unbedingt gegen Ende, das war in der Mitte, aber vielleicht hast du den Kommentar ja geschrieben. Obwohl, nee, hast du nicht. Du hast auf jeden Fall erst das komplette Team angeguckt und dann hast du diesen Kommentar, Oh, ja, ja, da kriegen wir unseren ersten In-Form. Ist zwar nix wert, aber ich sag mal, unser erster In-Form. Was ist denn los hier? Gucken wir mal hier nach. Ich gucke mal kurz auf, ach nee, wir gucken einfach hier auf der Konsole. Joa, Korka, komm, den wollen wir dann auch gleich mal irgendwo testen. Aua, Alter, meine Eier. Äh, so, ja, das war jetzt ein wenig unpassend meinerseits. Ich entschuldige mich dafür. So, Fitnesskarten noch mitgenommen. Modifier, linker Winger, linkes Mittelfeld, linker Flügel, linker Winger. Ja, da haben wir die ganze linke Seite abgedeckt. Den Rest schmeißen wir weg. Joa, Korka, ist doch mal nice hier. Nee, aber wie gesagt, wert sein wird er leider Gottes nichts, weil er halt so niedrig bewertet ist, weil er eigentlich ein Silberspieler ist. Ja, als Silber-In-Form hätte ich ihn natürlich sehr gerne gezogen, aber jetzt, so, ich will mich nicht beschweren. Wie gesagt, unser erster In-Form, da muss man sich ein wenig drüber freuen. Korka, gucken wir mal nach. Da ist er, ach nee, ja, ja doch, klar. Wie ihr seht, 74er ist er eigentlich, also hat ein übelstes Upgrade bekommen. Da ist einer und er kostet, oh, er kostet sogar mehr als Abstoßpreis, okay. Wie viel jetzt genau, das werden wir noch sehen, aber er kostet auf jeden Fall drüber. 14,5, 14,5, 14,5, ja, 14,5, also sogar über Abstoßpreis noch nicht mal einen Abstoß in Form gezogen, das ist ja mal ganz nice. Beziehungsweise, ich glaube, wenn man den über die Nacht drinnen lässt, dann kriegst du den auch für 15,16 weg. Ja, ist doch jetzt gar nicht so schlecht. Haben wir jetzt unseren ersten in Form gezogen, sehr schön. Und jetzt ziehen wir noch mal, ich sehe schon, das Video ist ja schon wieder relativ lang. Ja, also ich hatte eigentlich vor, ein bisschen weniger aufzunehmen, aber ich würde sagen, wir ziehen jetzt noch schnell ein. Ja, wir gehen jetzt mal wieder so danach, wenn wir jetzt richtige Scheiße ziehen, ziehen wir keins mehr. Wenn wir ein bisschen was Gutes ziehen, dann ziehen wir noch eins. Mal schauen. Aber, war doch schon wieder ganz ordentlich hier, mit den Packs, also kann ich mir jetzt nicht beschweren. Wir sind natürlich im Minus, was das bedeutet, trifft, aber ich meine, ich ziehe Packs eh nur aus Fun, nicht um damit Kohle zu machen, weil, ja, im Prinzip könnten wir uns halt jeden Spieler leisten, den wir wollen und deswegen ist es im Prinzip schwachsinnig, Packs zu ziehen. Aber natürlich macht Packs ziehen auch einfach mal Fun und, ja, deswegen, so, der Rest kommt hier wieder weg und ja, komm, eins ziehen wir noch oder zwei, eins ziehen wir noch. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen Pack geil, weil ich ihn in Form gezogen habe, aber ich hätte jetzt gerne mal in Form von den Jungs da vorne, weil dann wären wir vielleicht sogar schon wieder plus minus null, was Packs ziehen anbetrifft, aber es ist leider nur Maxis und am Rabatt. So, Premier League, griechische Liga, oh, da hüb, da hüb, da hüb der heftige. Ja, komm, den müssen wir eigentlich mitnehmen. Das ist ein heftiger Kerl, der alte Holländer. So, das nehmen wir hier noch mit und den Rest schmeißen wir wieder weg und jetzt hören wir auf, oder? Jetzt hören wir auf. Ja, komm, eins noch, eins noch. Jetzt gerade zwei glänzende Spieler gehabt, da kann man noch eins ziehen hier. So, und wer wird es sein? Es wird, es wird, es wird Gary. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne, das ist jetzt nichts und deswegen müssen wir jetzt aufhören. Wir müssen uns jetzt zügeln, obwohl, eins ist ja eigentlich noch drin, oder? Nein, eigentlich muss ich jetzt echt aufhören. So, na, ich, ich glaube, ich ziehe noch eins mit die Zahlen da oben, ein bisschen schöner wird, die ist irgendwie so komisch gerade. Alaba, Alter, Scheiße, ich mache das Video zu lang, ich muss das auch noch bis heute Abend hochgeladen haben, weil ich nehme das jetzt direkt heute an dem Tag, wo ihr es auch seht, auf. Maxwell, ja, okay, jetzt haben wir aber echt nur Scheiße und deswegen würde ich sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt beim Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.